Herr Miklitsch, wir sind hier in Kranzkagora. Ja, ein Kranzkagora, eine schöne, schöne Stadt, eine gute Position mit Iulische Alpe und Karawanken. Das ist so ein Stadt, bis sieben Kilometer in Italien und drei Kilometer in Österreich. In der Wintersaison, so lange, Dezember bis Ende März, und langlaufen und schöne Spazierungen bis Karnica oder Tamar oder Moistrana. Und alle Gäste kommen in Kranzkagora immer, immer sehr zufrieden. Herr Miklitsch, Ihr Hotel ist ein Haus mit langer Tradition hier in Kranzkagora. Ja, 16 Jahre schon offen, kein Ruhetag, jeden Tag offen. Und dieses Hotel, eine schöne Position in Kranzkagora, nur zwei Minuten Spazierungen bis Zentrum, eine schöne Panorama mit Iulische Alpe und bei 50 Metern, bei ersten Lift, bei Piste. Und dann Hotel, nicht so groß, das ist Familie betrieb, Maximum 40 bis 45 Gäste. Miklitsch ist auch ein bekanntes Spezialitätenrestaurant hier in Kranzkagora. Ja, im Restaurant à la carte und viel, viel Gäste und immer hier eine große Spezialität, mit Fisch, auch Wild und Fleisch. Und Fleisch, alles Lungebraten, das ist im Steak, viel, viel und dann Fohlen. Und andere auch so kalte Vorspeis oder warme Vorspeis. In Karte, circa 90 verschiedene. Herr Miklitsch, in Ihrem Restaurant führen Sie auch eine sehr umfangreiche und schöne Weinkarte, speziell mit Weinen aus Slowenien. Ja, in Slowenien, ganze Region, das ist Slowenien in drei Regionen. Im Steiermark, Dolenska und Primorska. Ein guter, guter Wein. Hier im Restaurant gut essen und muss auch noch besser Wein dazu. Hier im Zwei-ofener Wein, Tischwein, eine Cabernet-Schene in Dorenberg. Und andere Weisswein, auch im Primorska, drei Sorten dazu. Savignon, Pinela und Grin. Hier andere Weinträger, Sturek oder Kristancic, Schene, ein bisschen so, nicht so lieblich, ein bisschen starkes, aber schön passt dazu im Fleisch oder Lungebraten oder Rammstack, vollen Rammstack oder so. Und hier im Restaurant auch ein Spezialwein, ein Bio-Wein. Diese Kerner, diese vier, fünf Sorte dazu. Und alles, alles schöne Natur. Ohne Spritzung, ohne, nur schöne, schöne Natur. Und Geschmack, ein bisschen so, Power-Geschmack mit Küche oder so. Schönen Geschmack dazu, diese Wein. Aber nicht so viel, das normal spritzen. Und so, 2000 Liter, diese nur 120 Liter. So wenige, wenige, wenige. Aber Spezial und immer drei Sorten, wünschen Sie meine Gäste, immer so, wollen Sie bestellt, biologischer Wein, immer im Karten.